Mit Hilfe der SmartNav-Oberfläche zu finden, hier im Karteireiter Ansicht, habe ich die Möglichkeit, besonders bei großen und größten Maps sehr komfortabel und intuitiv zu navigieren. Dafür gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Die erste ist der Fokusmodus, bei dem ich jeweils auf den ausgewählten Zweig zentriere und den vergrößert anzeige. Das zweite ist die Möglichkeit, einen bestimmten Bereich einfach mit Hilfe der Maus zu umrahmen und diesen in die Arbeitsfläche vergrößert einzupassen. Die dritte Option ist das Suchen nach Textfragmenten in Zweigbeschriftungen. Wenn ich also hier beginne, Orga einzugeben, dann bekomme ich sämtliche Zweige, die dieses Textfragment enthalten, erst mal angezeigt bzw. hervorgehoben. Und zum Zweiten hier unten eine Liste mit den Namen der betreffenden Zweige sowie dem zugehörigen übergeordneten Zweig. Ich kann also mit Hilfe dieser Liste direkt zu diesem Zweig schalten.